Berlin hat Talent, will Kinder fordern und fördern. Wir haben in Berlin über 300.000 Schülerinnen und Schüler und darunter sind viele, die leistungssportlich besondere Fähigkeiten aufzeigen und die wollen wir entdecken und im Rahmen dieses Programms fördern. Leistungssport besteht aus bestimmten Komponenten, aus Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination und diese Komponenten kann man schon sehr früh erkennen bei Kindern. Deswegen führen wir den Deutschen Motorik-Test bei Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse durch und weil wir diesen Test so früh durchführen, können wir eben schon sehr früh Talente auch entdecken und auch entsprechend fördern. Die talentierten Kinder laden wir zu Talentjaden ein. Dort können die Kinder die verschiedenen Sportarten erfahren. Die Vereine vor Ort stellen ihre Sportarten vor. Die Kinder können zu den Vereinen den Zugang finden und dort aktiv werden. Sie haben möglicherweise auch die Chance, an die Elite-Schulen des Sports zu kommen und eine sportliche Karriere einzuschlagen bis hin zu den Olympischen Spielen. Musik Also das war so eine Ehre für uns, da mal hier vor allem zu laufen. Weil alle einen zugeguckt haben. Also weil man das ja nicht jeden Tag hat. Es geht uns nicht nur um die talentierten Kinder, sondern wir entdecken auch Kinder mit motorischen Förderbedingungen. Diese Kinder vermitteln wir in Bewegungsfördergruppen und in diesen Bewegungsfördergruppen entdecken die Kinder den Spaß an der Bewegung, kommen spielerisch an den Sport heran und im besten Fall entstehen dadurch lebenslange Sportbiografien. Musik Also vorher habe ich nicht so viel Sport gemacht, aber jetzt macht es mir richtig viel Spaß. Hier habe ich viele Freunde kennengelernt durch den Sport. Demnächst will ich unbedingt in einen Verein eintreten. Berliner Talent ist ein einzigartiges Programm. Wir fördern leistungsstarke Schülerinnen und Schüler und wollen damit eben auch den Leistungssport stärken. Wir fördern aber auch förderbedürftige Schülerinnen und Schüler und wollen sie heranführen an den Gesundheits- und Breitensport und mehr Bewegung im Lebensalltag. Und insgesamt wollen wir die Schülerinnen und Schüler an den Sport bilden. Jedes Kind in Berlin, das am Deutschen Motorik-Test teilgenommen hat, bekommt von uns einen Gutschein, um drei Monate in einem unserer Partnervereine trainieren zu können. Und genau das macht Berlin hat Talent so wunderbar nachhaltig und ganzheitlich. Berlin hat Talent setzt Zeichen. Das Programm ist ein Leuchtturm für mehr Sport im Alltag und vor allen Dingen für Gesundheit, Bewegung und Leistungssport. Das Programm ist ein Leuchtturm für mehr Sport im Alltag.